Herr Saito, was ist denn los? Das ist... Schauen wir uns da hin. Jetzt war es am Heckport Alexander K.R. angelangt. Mastra 303. 303 Kameras seineser Flight attend. Ich denke nur noch, dass er vor mir fährt, ich sowieso, da vorne die Honda Civic, oder wie sich da eigentlich dem Rest der Meute schon überlegen. Die zweite ist die Dame hier, oder? Ich habe ihn jetzt nicht gekriegt, ja, glaube ich auch. Oh, oh, Haxel an! Oh, dein Holtschirm! Hier gibt es die zweite. Ja, da gibt es noch ein paar Pfeil, auch da ist es zu viel rausgekommen. Wenn wir wieder die Rauchzeuge haben, ich möchte das Panzer 323 von Stefan Pfeiffer. Aber es ist fast. Wir können den ganzen Tag durch. Ja, da kann er noch kommen. Soll ich jetzt noch kommen? Ja, das ist hier vorher noch ein paar Teile, aber ich bin ja ganz schön, weil er sich nicht so leichter ist. Was soll ich da noch kommen? Was soll ich da noch kommen? Nein, ich bin ja nicht so leichter. Nein, ich bin ja nicht so leichter. Alle hübsch mochter. Schau mal, wo er die zwei Schritte an der fährt. Jetzt geht er um die Bordessbrecke. Das darf man nicht vergessen. Ich kann mich über die Kutter gescheiden hier fix gebucht sein, aber wer hat sich den Dringplatz? Das ist eine Schokolade. Das ist ein Mädel. Eine Lüge hängen. Alle hinten lang. Die Stadt fängt ganz an, dass wir da woanders sind. Die Stadt sind immer noch weiß und sind immer noch da. Die Stadt ist immer noch da. Das ist immer noch so. Oh, der! Ach, Gott. Noch weiter rum, in diesem Vena Alem. Ja, vielen Dank für's. Das ist ein Wohlsbyst. Das ist ein Westerversuch. Das ist ein Wohlsbyst. Das ist ein Wohlsbyst. Jetzt kommt's ein Wohlsbyst. Jetzt kommt's ein Wohlsbyst. So, eine Runde noch für Daniel Karlowitz. Was? Das ist so ein Wohlsbyst. Das kann man nicht so viel vor der Hauptsbyst. Das ist nicht auf der letzten Rinde fahren. Das ist nicht so wichtig, dass die Zeit nicht sehr relevant ist. So. Schaut hier. Jetzt müsste dann bei Stefan Pfeil mit der letzten Runde das ist auch relevant. Und jeder muss einen Rittenplatz verlieren. So, dann ist es klar. So, dann kann er das hier. Die Ablauf vor der nächsten Runde bin ich dann bei The 372 Metrop fuera. Und er heißt Daniel Kammerer. Der hat die Kammerer. Der hat das Witzig, Rang 2, mit Anbügelzutern. Das ist ja riesig. Ja, das ist ja riesig. Wo war das Brösel da weg? Und jetzt gibt der Kipfel da noch mit. Oh, ja, ja, weil in der letzten Rende ist. Da kam von Platz 2. Ich bin der Fall, ich bin der Karlsruhe, Martin Mandascha, Beifahr gegen Karlsruhe, in der Strittabgewogen für den Nahal, ich bin der Karlsruhe, Fünfter, alles, Andreas Ippel, Fünfter, Richard Förster.